Ich bin Andreas Kaufmann, ich bin Biologe und Forscher an der Charité in Berlin in der Gynäkologie in der Frauenheilkunde. Etwa 50% aller jungen Frauen werden durch HPV infiziert irgendwann und das kann Erkrankungen hervorrufen, zum Beispiel Genitalwarzen oder Gebärmutterhalskrebs. Man kann diese Infektion heute sehr gut erkennen oder verhindern. Wir erkennen sie durch Untersuchungsmethoden, wir verhindern sie durch eine Impfung, die HPV-Impfung. ADA kann Ihnen auch helfen, Symptome rechtzeitig zu erkennen und richtig einzuordnen, um dann zum Arzt zu gehen und sich vor einer schwerwiegenden Erkrankung zu schützen. Eine gute Gesundheit wünsche ich Ihnen.